Und was ist das Geheimen von den Schmieden? Sowohl Stahl herzustellen, als auch ihn zu härten. Okay. Und wie macht man das? Denn ich sehe, dass sie was machen mit der Luft. Die Luft geht durch Röhren. Und was wird hier gemacht? Wird in den Kohlen der Stahl erhitzt. In den Kohlen wird der Stahl erhitzt. Wie heißt es? Wenn ich mit beiden Blasebälden arbeite, bis zu 1400 Grad. 1400? Der Staat. Und das ist die Einheiten. Und da sind Sie halt. Und da sind Sie siempre. Und da sind Sie. Und das cuidado. Und da ist die Seite. Und das ist die Zeit. Auf derhand Althoughbär zu einemicteden Beiz Woolf ist es nicht zur Zen叫 invented. Und immer Wasser dazu, sowohl zum Abkühlen als auch für die Sicherheit und auch zum Härten. Sicherheit, Härten und Abkühlen. Und so wird die Krieg fertig gemacht. Oder eine Jagdwaffe. Oder eine Jagdwaffe, ja.